Sie sehen friedlebend aus, roten wir sie aus. Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Feind oder als Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein, dann kannst du einen neuen Nachbar entweder ansingen oder anfauken. Deine Haltung stimmst du, ob deine andere Kreaturankräfte oder freundlich mit ihr umgeht. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button. Für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Danach kannst du dir als neue Fähigkeiten-Buttons ansehen. Zeffert hat eine neue Fähigkeit, wenn du jetzt klickst auf den Button, um sie einzusetzen. Ein Esel? Ich weiß noch nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Gut gemacht. Als Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg einen größeren Gönnen und einen schlaueren Ich. Om nom nom. Euer Freund schmeckt gut, wird Zeit für noch mehr. Okay, ist nicht so stark wie ihr. Ich weiß noch nicht, wie er mit ihm ist. Wo sind die anderen? Sind die abgehauen? Das ist viel stärker. Essen. Okay, die sind tot. Oh, ich hab 46 DNA. Oh, ich hab 46 DNA. Yeah. Dem Sieger gehört das Weibchen. Oh, das ist wieder das Weibchen. Ich hab mein Gehirn ausgeschissen. Es ist gewachsen, juhu. Okay, ach, jetzt kann man richtig so sein. Gut. Brüllen. Kommt zur Sache. Stilauger. Baumodus, das haben wir hier. Fleischwollfisch. Brüllen. Beichen. ριin. Man könnte doch.. wie konnte man das könnte man irgendwie nach oben machen das sieht aber richtig schön scheiße aus das ist echt viel arbeiten und gesundheit genau die hatte ich ja drauf ich konnte konnte irgendwie konnte man den aufrecht stehen lassen das weiß ich noch aber ich weiß dass ich nicht mehr wie haben nutze ich nicht ich will auch wenigstens optisch ein bisschen was hinkriegen okay was aber wenn das auger das sehvermögen blitter manntele das ist ein auger äh ne die sind hässlich aber kommen noch die hatte ich auch das letzte mal vielleicht nicht ram haben dass er sich nackt haben schlagen die uhrform ich will später aber auch aber haben wieder mein schönes hässliches baby ich freue mich ja so gut gemacht alles erlernt kommt ihr mit oder steht ihr noch im weg ich will so wo seid ihr lauft nur davon was mit ihr los diesen ausgestoßen ach so natürlich nur noch einer am leben das heißt er stirbt aus das vielleicht noch fleisch und das macht das irgendwelche negativen effekte klar alles was am besten aber da muss ich noch ein bisschen warten bis ich jetzt sind das irgendwelche fischer hier und sind es einfach nur heulende steine da liegt ein teil glaube ich diesen ausgestorben ja in auge was ist das dass der neue teil entdeckt stell dir vor was für cooles zeug der auch noch größeren skeletten und kreaturen finden kannst okay will ich aber nicht das ist das gleiche aber scheiße wo kommt die denn her die bringe ich um das wohl besser 2 er hat aus dem hinterhalt angegriffen bist du verletzt die ich jetzt zurück und sein ja ging gerade nicht ja er wird erwachsen los immer noch die gleichen scheiß dinger wenn ich ehrlich bin anscheinend gibt es welche die ja klar dass welche kriegerisch unterwegs sind war mir schon klar aber ich scheine dafür zu sorgen osmo nein nein kommt mal her helft ihr mir los kommt zu meinem nest ich habe essen besorgt bleib ruhig da ich mache das schon oh nein sie greifen uns an die nächsten gleich gekillt ich habe dass ich den kuh eine falle durch die grenz du bist ein wenig schlauer geworden und hast deinen ersten schritt richtung bewusstsein gemacht du hast die fähigkeit erlangt verbündeten einen rudel zu gewinnen die beiden abenteuern helfen werden helfen dir im kampf oder beim schließen von freundschaft und freundschaften du hast jetzt der plattform das mit bläht ja erst mal frühstücken kann ich dich rekrutieren kommt jemand kommt jemand ich habe keinen bock jetzt rum zu prügeln kriege ich dich ins die schon wird spucken das ist nicht so toll druckball haben wir sie gerade ausgelöscht oh ja die gammeln ja schon was fällt dir ein zu singen wir sind räuberisch ein bisschen liebe ich würde gern ich würde gern schönere kreaturen haben die sind echt hässlich so was haben wir denn jetzt strauger saurium die augen gefallen wir eigentlich so wie sie sind dann fliegen deltroid die gleiche entfernen mehr geschwindigkeit jetzt haben wir noch die zäule kriege ich nicht nach oben muss das erst weg so ging das meine augen sind auch nicht scheint so die echsen augen bitte wieder schrumpel aus wie ein alter mann die sehen richtig biestig aus die sind auch richtig böse auch wenn sie klopfen ohne mund ja ist mir schon aufgefallen terrorzahn weisen doppel mund ich habe ich noch irgendwas übrig was ich mir leisten könnte druckball schlagen das kann ich in karte kann gerade fast gar nichts oder die phf historische form habe ich hier etwa noch augen im rücken das kann ich das bild immer druck ist so Nein, nein! Oh! Oh! Laufen geht auch nur weg, schlecht! Jetzt nicht! Ich muss noch was auslöschen. Irgendwie finde ich auch keine Teile. Augen! Kack dich voll! Oh scheiße, noch einer! Schau mal schnell ab! Helft mir! Da ist eine Alpha! Oh Gott, sind diese Viecher scheiße hässlich! Lalalala! Sag mal, ich habe auch gar kein Dinosaurier gefunden! Meeräffchen! Ich bringe die erstmal ins Reich der Vergessenen, auch wenn du gerade richtig viel Schaden warst. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, hier sind hässliche Affen hinter mir her! Danke! Also dieser Fernkampfangriff ist halt schon praktisch. Hier, die Kinder können auch mitkämpfen! Ah, da sind die noch mehr Meeräffchen! Ui, der war gut! Naja, nicht freuen, einfach essen! Löschen wir die einfach mal aus! Die sind gefährlich! Die kämpfen! Die müssen irgendwie oben sein! Ui, die sind mir ein bisschen über! Die sehen aus wie Schnabeltiere! Okay, alles in der Umgebung habe ich schon vernichtet! In der Näherin! Ich denke mal, dass die jetzt schon mittlerweile ein bisschen stärker sind! Die wir jetzt noch finden! Der vielleicht nicht! Panfaren! Ich störe, weil du so einen hässlichen Namen hast! Dann fällt das wahrscheinlich, dass ich auch Freunde töte! Kann ich gar nicht verstehen! Oh, ein Knochenskelett! Ist auch keine Knochen! Oh, das ist ja zwei! Kann knapp werden! Kann knapp werden! Ja! Ja! Ich muss mich eh weiterentwickeln! Ja, ich weiß! Wieso kann man das nicht überhaupt springen? Hey, Moment! Was sind meine anderen alle? Äh, wandern wir gerade aus? Kann das sein? Da ist mein neues Haus! Äh... Schrei... Wurzellern... Wo hinten soll das sein! Ich weiß gar nicht, man darf was zeimoszen! ich kann mich beteiligen ich kann nichts machen wir sind ja schneller als ich und wo soll ist mein bestes sind überhaupt alle ich wollte eigentlich nur mein scheiß nest finden aber das ist aus irgendeinem grund irgendwo ja ich wollte einfach nur zum nest ich bin wieder hier was ist das für jetzt was soll das wo sind wo sind alle ich kapiere das nicht mein lässt es doch hier warum sind die alle weg hier ein neues nest um ok ach jetzt ist das ist dieses große mächtige vieh hier will ich mit diesem dies mir sowas von überlegen die viecher ja also was will ich denn machen die betäuben nicht die sind schneller als ich die betäuben mich und die halten mehr aus und stecken und können wir einstecken ich komme gar nicht gegen die an die soll ich auch und ich kann irgendwie auch nicht an denen vorbei ich habe das gebiet ja mega großen radios ja ich bin tot ist mir aufgefallen musste ich unbedingt jetzt umziehen hätte ich das gewusst hätte ich mir natürlich vorher ja werde erwachsen los ich kann leider nicht evolutionsmäßig fortschreiten weil leider keine partner mehr hier sind das ist natürlich jetzt echt ungünstig zum glück kann ich auch sterben wie ich will aber trotzdem ist es nervig seid ihr böserlich waren die fanfane seid ihr böserlich weil sie ist gefunden die karte könnte sich auch mal danke ach das sind diese gewürzdinger wie hier darf ich eigentlich aussuchen wo das neue nest sein soll ach komm schon was soll ich denn machen dagegen das doch das ist doch unfair ich muss ich hätte gerne andere sicht also die ego perspektive ist dafür nicht geeignet ja ich habe verstanden ich bin wieder ein kind wer bitteschön hatte die grandiose idee hey ziehen wir doch in ein nest direkt von umgeben von monstern die viel viel stärker sind als wir also dann haben wir es eigentlich verdient auszusterben wieso kann ich mit mit mehr beinen nicht weg laufen aber ich habe ich habe ich habe extra mehr beine genommen weil ich gedacht habe dann kann ich besser weglaufen hsf aber das scheint nicht zu funktionieren ich habe ja das gefühl dass bei sprinten keine ahnung bin ich jetzt da wo soll da muss ich hin man macht die karte besser okay bin ich jetzt da das neue ziel ach ne ich bin noch weiter weg tot durch baum dagegen gelaufen finde neue teile um nicht weiterzuentwickeln das klingt ein bisschen nach frankenstein so wir haben es geschafft er ist nicht klüger gewesen wenn du mich mitgenommen hättet das netz scheint jetzt größer zu sein du hast dieses netz besetzt zukünftige generation werden hier geboren ich würde mich gar weiterentwickeln mir gefällt nicht was ich gerade bin ja ich weiß nicht so ok druckball für schlagen katakult für spucken und 20 ich hätte vorhin schwören können dass ich hier plötzlich auch noch drin hatte irgendwo sah so aus druckball druckball ich glaube so etwas ähnliches hatte ich auch meinen letzten auch damals ändern wir mal ein bisschen die farbe ja ist glaube ich okay und Was für eine weirde Form. Lass uns so. Der Neosaurus. Eine Art kill ich noch und dann ... oder mit einer Art lege ich mich noch an, sag was ihr so. Oh, die spucken auch. Alter, was? Ich bleib mal hier im Hinterhalt. Und ... essen. Die sind zwar über, aber in Kombination mit meinem Rudel. Was machst du da? Du kannst doch spucken, warum machst du das nicht? Hey, ich darf nicht spucken, warum auch immer. Töten wir erst mal ihre Kinder. Au. Oh, wir haben einen verloren. Töten wir weit ihre Kinder. Oh. Helf mir mal kurz. Ah, jetzt verstehe ich jetzt wieder Heilung. So. Ich töte mal diese ganzen Monster. Ah. Mit einem Schlag hat er mich erledigt? Der hat der Kreissägen als Arme, was? Boah, das ist so. Ein bisschen heftig. Wir sind ja eigentlich nicht ausgestorben. Und das war doch ihr letztes. Wir haben einen verloren auf jeden Fall. Ja. Ah. 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 Okay. Helf mir mal kurz, Leute. Ja. Ausgelöscht. Zwei eigentlich sind sie mir überlegen, aber wir haben sie ausgelöscht. Und wieder wächst das Hirn ein bisschen. Ich habe gelernt, wie man andere tötet. Intelligenz, der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Der Gönn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Erstmal ein Snack. Hey, da lebt ja noch einer. Warte mal, das geht nicht. Hey, ich habe euch doch alle umgelegt. Davy scheint auch mitzukämpfen. Der kriegerische Volk müssen wir nicht tun. Ausgelöscht. Habt ihr alles verdient? Das sind einfach ein paar Ärsche. Die haben nicht kreisigen Arme. Okay, dann würde ich aber erst mal sagen, wir speichern hier. Genau. Das war Let's Play Spore für heute. Ich sage ciao mit RichtlinTV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye Leute. Bilder. Das war's. дж